Wir sind 14 Tage hier und jetzt fangen die schönen Tage an und die Sonne lacht und dann werden wir noch anderthalb Wochen genießen. Was sagt denn der Wetterbericht für heute? Der Wetterbericht ist für heute bombastisch. Hier gibt es 24 bis 26 Grad im Schatten und ich bin froh, dass ich hier bin und nicht im Inland, denn da sind es über 30 Grad, ist ja nicht mehr auszuhalten.